Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich bin hier, ja, da ich etwas Neues habe. Wir gehen mal zurück. Ich habe einen neuen Mod installiert. Das ist der Iron Chest Mod, der die Kisten mal ein bisschen upgradet, ein bisschen größer macht. Ich habe hier ein bisschen gebaut. Ich habe den Boden einfach ein bisschen falsch gebaut. Eins zu tief. Muss ich da noch eins erhöhen und einen anderen Boden reintun. Der ist vielleicht für ein Schlafzimmer gut, aber nicht für einen Keller. Und dazu chiseln wir mal. Ich habe hier ein paar Kisten schon aufgegradet. Die kann man mit so einem Upgrade machen. Das sind die Upgrades. Die kann man dann einfach drauflegen. Glaub ich mit rechts draufklicken. Und dann werden sie upgradet. Oder man kann sie so kräften, sind aber teurer, weil sie eine Kiste brauchen. So brauchen sie nur ein Ding. Ja, zum Beispiel kann man sie dann zu Diamantruhen und dann am Schluss zu Kristalltruhen machen. Und die Eisentruhen sind einmal eine Doppeltruhe. Also doppelt so groß wie eine normale Truhe. Und das macht natürlich viel mehr Platz. Hier oben ist es doppelt mal so groß wie eine Eisentruhe. Also viermal eine Truhe. Und ja, dafür habe ich jetzt hier eben mal die Kisten richtig gefüllt. Ja, nicht ganz richtig. Aber vor allem, hier sehen wir alle Setzlinge. Hier alle Holz bearbeitete Hölzer. Hier sind alle rohen Hölzer. Und ja, ich weiss jetzt nicht wie die wachsen. Okay, jetzt sind sie 29. Also sie wachsen extrem langsam. Hier oben habe ich auch so einen Baum hinpflanzen wollen. Da sind die Setzlinge. Aber der wächst einfach nicht. Wir müssen mal die Bäumeriges umfällen. Probieren, ob es dann geht. Könnte es sein. Ist halt einfach ein bisschen ausprobieren. Vielleicht für ein bisschen verpackt. Ich möchte nämlich eine Hängebrücke hier rüber bauen. Damit wir viel besser zum Portal kommen. Zu den Portalen. Ja, hier habe ich zum Beispiel mal alle Früchte und Botensachen. Und was haben wir sonst noch? Bei der Falle habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe... Genau. Ich habe einen neuen Adventurous Backpack von einer Siedlung gefunden. Hier habe ich noch ein paar Sachen, die ich eigentlich jetzt rausnehmen sollte. Weil wir brauchen wahrscheinlich Platz wieder. Gut. Dann haben wir hier irgendwo die Bienenkiste. So, machen wir mal hier rein. Hier rein. Hier rein. Dieses hier rein. Dann haben wir hier die Blumenkiste. Das ist schon mal wieder etwas Neues. Das Problem wird einfach sein, dass wir zu viele Sachen haben. noch mal alles hier hin. Wir müssen alles upgraden. Also. Hier werde ich noch mehr sortieren. Besser sortieren. Ähm. Dann werde ich die Kiste mal hier hin tun. So. Dann schauen wir nochmals. Haben wir noch irgendwas, was hier hin gehört? Ja. Schön. Gut. Äh. Da rein. Sutele. Wollen wir mal schauen, ob hier Blumen... Nein, das sind alles neue Blumen. Wow. Dann mal die Hölzer rausnehmen. Und... Ja. Die Blumen. Machen wir mal die Hölzer nochmal rein. Und nehmen die Blumen raus. Ja. Alles neu. Fast alles neu. Schiii. Wie viele Blumen gibt es? Das ist ja mal krass. Alles neu. Fast alles neu. So. Da sind auch noch Blumen. Ein paar alles neue Blumen. Heftig. Wir haben so viel zu tun. Also alles hier reinlegen. Das ist dann auch alles neu. Hm. Das ist wahrscheinlich noch eine Blume. Ja. Aber ich möchte ja nicht den ganzen Part mit dem Sortieren verbringen. Oh. Ah. Okazien Setzlinge haben wir auch. Ähm. Haben wir irgendwo noch Setzlinge? Ich denke nicht. Die gehören noch... Ähm. Ich fahre mal hier. Das ist keine Frucht. Mal hier rein. Und... Ja. Muss ich hier reinlegen. Und jetzt noch die Setzlinge reinlegen. Und so weiter. Na haben wir es geschafft. Ähm. Ja. Die Setzlinge wieder hier reinlegen. So. Dann die Holzsachen. So. Ja. Müssen ich ja auch etwas. Ja. Ein bisschen Holzzeugs. Hm. Gut. So. So. Und auch so. Und so. Und so. Und so. Und das ist ein Holz. Und da sind die Holzsachen. So. Gut. Ähm. Ähm. Jetzt ist noch wichtig die Ding-Setzlinge rausnehmen. Da. Alles andere ist ja nicht nötig. So. Hop. Ja. Also ihr seht es so viele Mods geben. Auch so viele Items. Und da müssen wir einfach zwischendurch alles noch ähm rausnehmen. Jetzt zeige ich mal kurz wo ich war. Ich wollte unbedingt ähm. Ja. Wie soll ich das am besten zeigen? Ist das so Fret? Hä. Ah. Das ist das. Ich weiß es nicht. Schluff. Was ist denn deine Schluff? Das sind... Das sind... Materialien. Die ich vielleicht brauche dann zum Holz bauen. Ähm. Ja. Hertlanddorf ist es. Gut. Gehen wir mal dort hin. Ja. Hier habe ich die Sachen gefunden. Ähm. Die Bienensachen hier aus diesem Haus hinten. So ist die ja langsam. Hier habe ich die... Das Holz abgebaut. Hier habe ich sogar noch zwei äh... Äh. Sag schon. Bienen. Ähm. Und ähm. Hier haben wir noch zwei Setzlinge. Äh. Blumen. Genau. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Wenn man so viel zu denken hat, kommt man etwas ähm zu viel im Kopf. Schwiert einem im Kopf alles herum. Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Erkunden wir noch weiter? Ich denke schon. Es ist einfach momentan mir wichtig, dass ich Sachen finde. Eine neue Portal dann. Und so weiter. Ähm. Weil wir benutzen sie ja für die Monsterfalle. Und das ist schon wieder dann ein Item, das wir wieder weglegen können. Auf jeden Fall haben wir hier das Hearthland und ich finde es einfach genial. Ich hoffe, ähm, wir finden auch eins in der Nähe des Spawns, damit wir schön bauen können und nicht hier alles gefarmtes haben. Hier ist so ein Bergbiom, das ähm, ist eigentlich recht nice, weil es viele Höhlen hat unten. Ähm, ich wollte ja eben ein Ding finden. Ein japanesisches ähm, Blütenbiom. Mal gucken, ob wir es finden. Wir haben einen kleinen Köcher. Nein. Ich hätte ein paar Waben mal kaputt machen können. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen im Survival, ähm, Peaceful-Modus laufen, damit wir einfach nicht zu viel aufgehalten werden. Es ist klar, viele Leute wollen einfach diese Herausforderungen, aber ständig immer Herausforderungen zu haben, ist für einen Let's Player schon ein bisschen nervig. Weil er möchte ja Content zeigen und dann immer aufgehalten zu werden. Ist nicht immer gut. Ich will ja ein gutes Let's Play, das auch viel Content hat. Andere machen tausend Parts und schaffen vielleicht ein kleines Dörfchen. Ich habe viel vor und will nicht tausend Parts, ähm, erledigen. Ich will es schon machen, aber dann auch mit tausend Content. Also viel, viel, viel mehr Content, das andere Let's Play. Ich habe übrigens eine mal gefunden und ein bisschen supported. Ja, nicht mit, ähm, nicht mit Abo gegen Abo und so Sachen, aber einfach ihm mal ein paar Tipps gegeben. Der macht 700 Parts. Nein, ja, nein, 900 sogar. Anfangs 900, genau. Ich habe die neuesten nicht geschaut, aber kurz mal geschaut. Oh, also kurz mal gesehen. Wie soll ich sagen? In der Liste gesehen. Nicht angeschaut, aber in der Liste gesehen. Und der hat nur zwei Parts pro Part. Äh, zwei. Zwei Aufrufe pro Part. So, ich bin momentan wirklich, ja, er ist aufgestanden und ein bisschen voller Gedanken. Und, ähm, ja, ähm, zwei Aufrufe möchte ich ja eigentlich dann mit 900 Parts nicht mehr haben. Ich möchte ja ein bisschen Erfolg haben. Boah, die will ich mitnehmen. Die sind denn süß. Von welchem Pflanz-Megapack? Nur so wenig detailliert. Krass. Gut. Die Bienen nehmen wir noch. Und das macht, ähm, schon ein bisschen sinnlos. Was? Stellt euch mal vor, ihr macht 900 Parts und habt nur zwei Aufrufe pro Part. Da habt ihr ja gar keine, äh, richtige Community. Ja, hab ich zwar auch noch nicht so. Aber ich hab zehn Parts, äh, zehn Aufrufe. Mann, immer diese Parts nerven. Und das macht schon, äh, ja, ein bisschen happier als, äh, 30 Parts und zehn Aufrufe als, äh, 900 Parts und zwei Aufrufe. Sind zwar mehr Aufrufe, äh, klar. Aber nicht tollere Aufrufe. Und ich hab eben ein paar Parts gesehen und der macht halt sehr wenig. Und ich möchte vieles für meine Abonnenten machen. Für meine, also jeder, der mich meine Videos aufruft. Das ist einfach so, das ist, ähm, für mich halt sehr wichtig. Weil ich, ich mach etwas, das sollte ja eigentlich die, ähm, Leute motivieren, oder? Und nicht irgendwie abweisen. Und ich werde vieles im Livestream machen. Sobald ich die Möglichkeit habe, alle Plugins installiert habe und eingerichtet habe. Und halt am Anfang nur so zum Wissen, zum, ja, dass ich ein bisschen Feedback von euch zum Beispiel haben könnte, so. Und halt nicht immer Minecraft. Wahrscheinlich auch relativ wenig Minecraft am Anfang. Und wenn alles gut klappt, kommt halt jeden Tag Minecraft. Wieso nicht? Ich schau dann auch, dass ich die Seiten eingrenzen kann. Dass zum Beispiel von 17 bis 16, äh, von 17 bis 19 Uhr Minecraft ist. Und dann, äh, ja, Champions of Rechnung, weil das halt online ist. Und danach Path of Exile, weil es halt ein bisschen actiongeladener ist und brutaler. Und so weiter. Und vielleicht mal GTA 5 online oder sonstiges. Wo geht es? Ja. Also, ich sammle jetzt vor allem Blumen, die findet man. Dann haben wir alle Blumen und müssen nie mehr, ähm, ja, die suchen. So, also das ist ja extrem, wie man auch manche Blumen selten findet. Und dann möchte ich sie eigentlich schon mitnehmen. Das ist dann auch wichtig hier, dass das Baum so Plenty, ähm, Obst ist. Habe ich alles genommen aus dem anderen Biom. Das ist wahrscheinlich ein anderes wie der Woodland, ja. Weil es ganz anders aussieht. Wow. Tragen, du bist so gut. Ja, mit zum Beispiel Muskeln aus wieder. Und Kastanien. Hallo! Groot! Der Groot aus, äh, Defenders of Galaxies. Schön. Hm, hier haben wir wieder Elefanten. Cool, cool. So, wir machen uns dann mal ein bisschen weiter nach Norden. Ich will nicht näher an das Portal, also an den Spawn kommen. Oh. Elefantenohren. Uh. Krass. Heftig. So, Elefantenohren haben wir. Die haben wir ja zu Hause schon und können die ja auch mal mehr mitnehmen. Ja. Ein Biom haben wir hier, das ich unbedingt wollte, den Herbst, Wald. Den nehmen wir mit, oder? Cool, krass. Mega krass. Schon heftig. Also, momentan freut es mich riesig, dass die Aufrufe konstant bleiben. Dass ich eigentlich immer nach einem Tag gleichmäßig viele Aufrufe habe. Freut mich schon. Ähm, es ist natürlich so, dass die Zuschauer, ich bin immer ein Zuschauer gewesen von anderen Let's Player und so. Ich weiss, dass ich rede da aus Erfahrung, dass man einfach am Anfang recht skeptisch über einen Let's Player ist. Ist er denn überhaupt gut? Äh, macht er überhaupt das, was ich will? Und so weiter. Und dann kommt es erst. Das schaffen gute YouTuber natürlich in viel kürzerer Zeit als zum Beispiel ich. Aber, ähm, es ist halt einfach gigantisch lang. Und, ähm, wenn man dann noch Schweizer ist, wenn man dann noch Probleme hat mit der Technik und so weiter. Zum Beispiel mit Frebs. Dann fühlt man sich schon ein bisschen nutzlos. Und da würde es eigentlich gut tun, wenn die Leute langsam kommen. Da geht es alles immer viel schneller. Und da kam ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die Leute sind jetzt mal konstant bei mir und freuen sich auch auf neue Parts. Und, ähm, ja, immer weiter so, liebe Leute. Ich werde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ganz viele Leute da sind und sich wirklich freuen auf den nächsten Part. Auf jeden Fall Daumen nach oben für mich. Und für euch. Und eventuell kommen dann auch die Damen richtig nach oben bei den Videos. Danach bei den Livestreams. Vielleicht zuerst bei den Livestreams. Und so weiter. Aber YouTube ist ein Mordsaufwand. Jeder, der anfängt bei YouTube, der muss sich im Klaren sein, dass so etwas zum schwersten gehört. Das ist wahrscheinlich ein normaler Baum, aber ich will ihn trotzdem mal austesten. Ja, ja. Hm. So, was haben wir noch nicht? Rot, hä? Da kommen wir nicht so gut hoch. Und YouTuber sind ja schon eigentlich eine recht gute Einnahmequelle und Beliebtheit. Und eine Berühmtheit und alles mögliche. Also auf jeden Fall lohnt es sich dann auch, wenn man es geschafft hat. Aber es gibt zu viele YouTuber, die einfach zu süchtig sind und dann den Boden verlieren. Und dann plötzlich aufhören und so weiter. Ja, das ist jetzt weniger gut. Gut. Da machen wir mal ein Waypoint. Hebst. Hebst. Da heißt es wahrscheinlich Autonom-Forrest. Seasonal-Forrest. Okay. Hat zwar nicht viel mit Season zu tun, weil es gibt vier Seasons und das ist nur eine Season. aber ähm, genial. Haben wir eigentlich den Birken-Setzling? Ja. Gut. So. Den anderen auch. Prima. Da haben wir das auch. So. Beide haben wir. Ja. Dann gehen wir mal in diesen... Ja, das nehme ich jetzt nicht mit. Ja. Ach komm. Hahaha. Ihr müsst es ja nicht sehen, wie ich einsortiere. Das ist doch toll, oder? Aber ich zeig's immer wieder, damit ihr... Aaaaah. Ich laufe. Nein, nein. Es hat doch eine tolle Community, die auch solche Sachen gerne aussieht. Ja. Hm. Ah, soll ich so eine Rapenzucht aufbauen? Hahaha. Schade, dass sie relativ wild sind. Eventuell die spawnen. Oh, das sind schöne Blumen. Ach. Haben wir den? Den haben wir noch nicht, gäh? Ach komm, hey. Oh, Radieschen muss ich mir nehmen. Rhabarber. Hasenglöckchen. Uh. Ich mag Rhabarbern, aber nur in Konfitüre. Marmelade. Und ähm. In süßem. Also Rhabarber ist mir zu bitter. Und Radieschen mag ich besonders gerne. Das ist mal krass. Wie viel hat's hier? Das sind die Blumen für meinen Charakter in Champions of Freakmen. Um den auch mal anschauen, die es noch nicht gemacht haben. Das Spiel ist zwar ein bisschen langweilig, aber das Let's Play macht einfach riesen Bock, weil wir einfach scheiße machen. So. Und jetzt habe ich auch einen Clan. Also, ich bin in einem Clan noch. Selber machen, das ist zu aufwändig. Krass. Das ist viel. 53. Noch ein paar. Dann können wir gleich mal irgendwie einen guten Baum fällen. Eher dieser hier am Rande. Äh. Ich brauche einen, der hier. den man auch ähm. Ja, der auch die Blätter verliert dann. Ich muss so schnell wie möglich nach oben, aber es ist eben schwer wie beim anderen Part. Auch solche Bäume zu fehlen. Ist ein Mordsaufwand. Und außerdem geht ja bald der Server auf. Ich brauche nur noch das Geld. Und dann können wir machen. Schön. Wunderbar. Extrem toll, wenn wir eine Spitzhacke haben, die kaputt geht. So schnell. Hm. Ja, auch toll. Keine Stöcke. So. Weiter. Ja, für die, die das nicht mehr schauen wollen, dürfen gerne den Part jetzt beenden. Die anderen schauen noch kurz. Ich möchte noch ein bisschen länger den Part machen. Ähm. Ja, eben. Das mit dem Server rede ich dann im nächsten Part. So. Ich gehe dann kurz zurück und lege alles mal in die Kisten. Und danach komme ich... Oh. Mist. So. Äh. Lalalala. Toll. Äh. Äh. Es ist verdammt nochmal schwer, wenn man immer andetscht. Oh. Kann ich vielleicht nicht machen. Mann, ich kann nicht sehen, wenn etwas im Weg ist. Ja. Gut. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Setzlinge und haue ab. Cool. Sieht das cool aus. Ja. Also, dann ist der Part voll rüber. Danke schön fürs Schauen. Was ich machen könnte, ist noch ein paar hier mitnehmen. Und... Ja, doch. Ja, doch. Ja, mit dem Verzaubern werde ich kurz eine Schaufel verzaubern. Wir haben jetzt 30 Level. Eigentlich schon vorher. Aber ich wollte eigentlich etwas verzaubern im Part. Hab es vergessen. Nun gut. Also, danke schön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss. 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 Tschüss.